Wenn wir den Koran betrachten, dann finden wir oft Ereignisse, die unsere Realität widerspiegeln. Es sind Verse, wo wir denken, Subhanallah, Allah meint nicht damit. Und wir sehen Ereignisse im Leben des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, an denen wir erkennen, dass er, sallallahu alayhi wa sallam, und seine Gefährten es auch nicht immer leicht hat. Doch ich möchte über einen Vers mit euch sprechen, der unseren Zustand widerspiegelt, als ob er für unsere Zeit offenbart wurde, obwohl es schon über 1400 Jahre her ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Und wir werden euch ganz gewiss mit ein wenig Furcht und Hunger und Mangel an Besitz, Seelen und Früchten prüfen. Doch verkünde frohe Botschaft den Standhaften, die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Genau so eine Prüfung haben wir durchgemacht. Die Prüfung des Coronavirus. Dieser Virus hat vieles verändert. Er brachte die Welt zum Stillstand. Die Menschen wussten nicht, was sie machen sollen. Und es entstand Chaos. Die Menschen fürchteten sich vor diesem Virus und gerieten in Panik. Viele fingen an, ihre Geschäfte und ihre Arbeit zu verlieren, wodurch sich der Zustand vieler drastisch veränderte. Durch die Lockdowns wurden wir in unsere Häuser zurückgedrängt. Das alltägliche Leben wurde eingeschränkt. Und wir wissen nicht, wann der Virus endgültig besiegt ist. Viele von unseren Bekannten, Freunden und Familien erkrankten durch diesen Virus. Und einige von ihnen starben sogar. Und wenn wir uns diesen Vers anschauen, dann ist es so, als ob Allah subhanahu wa ta'ala uns mit diesem Vers direkt anspricht und uns warnt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala macht uns hier klar, dass dies nur eine Prüfung ist und er den Standhaften das Paradies versprochen hat. Solche Prüfungen gab es oft in der Geschichte und alle vergingen. Was jedoch dabei zählte, war nur, wer sich nicht abkehren ließ vom Islam und weiterhin danach lebte. Wenn wir uns die islamische Welt anschauen, dann sehen wir, dass unsere Geschwister dort diese Realität des Hungers, der Armut und des Todes das ganze Jahr überhaben. Dieses Leiden und dieser Kampf ist ihr alltägliches Leben. Und Unterstützung gibt es dabei kaum. Während wir hier überleben können, durch staatliche Hilfen oder guter medizinischer Versorgung, haben sie wenig davon. Wenn sie hungern, dann kümmert sich keiner um sie. Wenn sie krank werden, müssen sie selbst klarkommen. Und wenn ihnen alles weggenommen wird oder jemand stirbt, dann interessiert sich keiner dafür. Und durch die Corona-Prüfung wurde ihr alltägliches Überleben nur noch schlimmer. Aber trotzdem sahen sie es als Prüfung und bleiben dabei standhaft, während wir alles haben und in Panik, Chaos und Zweifel geraten. Uns fehlt es eigentlich an nichts. Und trotzdem verzweifeln wir, während sie nichts haben, aber trotzdem dankbar bleiben. Wenn wir also verstanden haben, dass wir von Allah kommen und zu ihm zurückkehren werden und dass dieses Leben, unsere Versorgung und auch die Realität nur eine Prüfung von ihm sind und alles von ihm abhängig ist, dann können wir diesen Vers treu bleiben und zu den Erfolgreichen gehen. Mit anderen Worten, gehört uns inshallah das Paradies. Lasst uns ein Beispiel an unseren Geschwistern in der islamischen Welt nehmen, die das Leben als Prüfung sehen und ihr Vertrauen in Allah SWT setzen. Möge Allah SWT uns helfen und unsere Situation erleichtern. Möge Allah SWT Möge Allah SWT Möge Allah SWT Möge Allah SWT